Leborg ist eine Stadt in der polnischen Wojewirtschaft Pommern. Sie ist seit 1999 Kreisstadt des Powiat Leborski. Geografische Lage Die Stadt liegt in Hinterpommern im Tal der Leba, die hier einen grundmoränen Höhenzug durchschneidet. Die Umgebung wird geprägt vom Leberbruch westlich der Stadt und dem Schlüsselberg im Nordwesten und dem östlich gelegenen 210 Meter hohen Dom Browabag. In 30 Kilometer Entfernung wird per Straße oder Bahn bei der Stadt Leba die Ostseeküste erreicht. Danzig liegt etwa 65 Kilometer entfernt. Bodenschätze In Nordpolen werden große Lagerstätten von Erdgas auf Basis von Ölschiefer vermutet. In der Umgebung von Leborg sollen erste Bohrungen durchgeführt werden. Geschichte Das Land Launburg gehörte Anfang des 14. Jahrhunderts dem deutschen Ritterorden. Dessen Hochmeister Dietrich von Altenburg überließ 1341 Rutscher von Emmerich ein Hunderthufenland und eine Urkunde für die nach Kulma recht zu Gründende. Stadt Levenburg So entstand die Stadt Launburg, die in alten Urkunden auch Levenburg, Leunburg oder lateinisch Leoburgem genannt wird. Auf dem Stadtsiegelabdruck, mit dem die Stadtväter 1440 den Bündnisbrief des Preußischen Bundes versahen, lautet der Ortsname Levenburg. Im Osten der Stadt errichtete der Orden 1363 Dekasekunden Schloss Launburg. Während der Kämpfe mit den Polen wurde das Schloss sowohl 1410 als auch 1455 teilweise zerstört. Im Ergebnis des 13-jährigen Krieges musste der Orden im Zweite Turner Frieden auf die Lande Launburg und Byteau und damit auch auf die Stadt Launburg verzichten. Die Lande kamen 1466 an Herzog Erich II von Pommern und blieben im Besitz der Pommer-Schenherzöge, zunächst als Treuhänder für den polnischen König. Ab 1490 als Pfandbesitz und ab 1526 als erbliches Lehen, gegen Ende des Mittelalters scheint in Launburg ein Kloster bestanden zu haben. Die einzige Überlieferung stammt aber aus dem Jahre 1543, also nach der Reformation, als Herzog Banim Xie. Die als Vorfallen und Wuste bezeichnete Klosteranlage dem Jakob Wobeser, seinem Hauptmann zu Launburg, übertrug. Nach dem Historiker Hermann Hogeweg dürfte es sich um ein Kloster von Bettelmönchen gehandelt haben. Als mit Bogislaw XIV der letzte Pommernherzog starb, fielen die Lande als erledigtes Lehen zunächst an Polen zurück. Doch schon 1657 wurde Brandenburg im Vertrag von Bromberg mit den Landen Launburg und Byteau belehnt. Im Warschauer Vertrag von 1773 wurde das Lehen durch volles Eigentumsrecht für Preußen abgelöst. Als Launburg-Byteau-Kreis wurde das Gebiet einschließlich der Stadt Launburg. Zunächst 1773 in die preußische Provinz Westpreußen eingegliedert, kam aber 1777 zur preußischen Provinz Pommern. Das Stadtgebiet erweiterte sich nach Westen und Süden. 1830 erhielt Launburg Anschluss an die neue Straße Stettiendanzig, die spätere Reichsstraße 2. Als 1846 der Launburg-Betouché-Kreis geteilt wurde, wurde Launburg die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises Launburg. Wie in anderen Pommerschenstädten kam es 1847 auch in Launburg zu Hungerkrawallen. Ab 1866 bestand in Launburg die Freimaurerloge zum Leuchtturm an der Ostsee. Als im Süden 1870 der Bahnhof für die neue Bahnlinie Stolzoport errichtet wurde, siedelten sich dort auch neue Industriebetriebe wie eine Zündholz- oder eine Maschinenfabrik an, wurde die Bahnstrecke nach Lebar eröffnet. 1885 bis 1918 hießen die Djukow-Jork-Inseln als Teil Deutsch-Neu-Geneas nach dem Namen der Stadt Neu-Launburg. Als Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg unter anderem den größten Teil der Provinz Westpreußen an Polen abtreten musste, verlor Launburg sein Hinterland, was für die Stadt negative wirtschaftliche Auswirkungen hatte. 1933 wurde die Staatliche Hochschule für Lehrerbildung Launburg gegründet, an der bis 1945 etwa 3000 Lehrer ausgebildet wurden. Anlässlich der letzten deutschen Volkszählung vor dem Zweiten Weltkrieg wurden in Launburg 19801 Einwohner ermittelt. Die in und um Launburg bis 1939 gesprochene deutsche Mundart wurde noch kurz vor Kriegsanfang erfasst und wissenschaftlich beschrieben. Seit Ende 1940 befand sich ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald in Launburg. Die Häftlinge waren 1940 einundvierzigstel zum Aufbau und zu Instandhaltungsarbeiten der Waffen-SS-Unterführerschule Launburg eingesetzt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Launburg kampflos von der Roten Armee besetzt und am 10. März 1945 von sowjetischen Soldaten in Brandt gesteckt. Die Innenstadt wurde fast völlig zerstört, am Marktplatz überstanden nur zwei Häuser des Inferno. Bald darauf wurde die Stadt zusammen mit ganz Hinterpommern unter polnische Verwaltung gestellt. Es setzte nun die Zuwanderung polnischer und ukrainischer Zivilisten ein. Die sich der Behausungen und Anwesen der eingesessenen Stadtbevölkerung bemächtigten und die Einwohner daraus verdrängten. Viele dieser Personen hatten völkischen Minderheiten in Gebieten östlich der Körsenlinie angehört. Diese Gebiete waren nach dem Ersten Weltkrieg im polnisch-sowjetischen Krieg und in anderen bis 1923 anhaltenden Konflikten erobert worden und mussten nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Sowjetunion abgetreten werden. Angehörige von Minderheiten in den betreffenden Gebieten waren vor die Wahl gestellt worden. Entweder eine neue Staatsangehörigkeit zu akzeptieren oder aussiedeln zu müssen wurde die deutsche Stadt Lauenburg in Leborg umbenannt. Die restliche deutsche Bevölkerung wurde von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben. Einwohnerzahlen Religion In Leborg hat sich seit 1945 wieder eine kleine evangelische Gemeinde konstituiert. Die Kapelle steht in der UL. Iami Wojska Polski Go 47. Sie ist Filierkirche der Pfarrei der Kreuzkirche in Slask in der Diözese Pommern Großpolen der evangelisch-auksburgischen Kirche in Polen. Städte Partnerschaften Turda seit 2004. 4. Verkehr Leborg liegt an der Bahnstrecke Stadat-Szc-Cecinski-Gedensk einer bedeutenden Hauptstrecke der polnischen Staatsbahn. Außerdem führt eine Bahnlinie nach Lebor an der Ostsee. Bereits im Jahre 2000 erfolgte die Schließung der 1905 eröffneten Bahnstrecke nach Kartusi und Pruszczcz-Gedenski. Nachdem bereits als Kriegsfolge die Bahnstrecke Leborg-Büto geschlossen worden war. Leborg liegt an der heutigen bedeutenden nordpolnischen West-Ost-Verkehrsachse der Landesstraße 6 von Stettin über Danzig nach Pruszczcz-Gedenski, die auch die Europastraße 28 ist. In Leborg wird diese Straße von der Nord-Südstraße von Walubi bis Lebar gekreuzt, wodurch die Stadt zu einem nicht unwichtigen Straßenknotenpunkt wird. Bis 1945 war Launburg über zwei bedeutende Straßen verbunden, die sich in Berlin-Weißensee verzweigten und die Reichshauptstadt mit Pommern verbanden, wobei sie in Launburg wieder zusammentrafen. Die Reichsstraße 2, die von Berlin und über Stettin, Köslin und Stolp kam, um weiter über Danzig nach Dierschau zu führen. Und die Reichsstraße 158 von Berlin über Königsberg in der Neumark, Stagat, Neustattin und Bytho bis nach Launburg, die Sehenswürdigkeiten. Zwei mittelalterliche Basteien. Das durch den deutschen Orden erbaute Verteidigungssystem mit Fragmenten der Stadtmauer. Die gotische St. Jakobikirche aus dem 14. Jahrhundert mit barockem Alter von 1702. In der Kirche befindet sich ein Epitaph des Marschalls Joachim von Zitzewitz im Stil der Renaissance. Der Burgkomplex aus dem 14. Jahrhundert. Der mittelalterliche Markt. Das Rathaus von 1900 mit einem Mosaikfenster im Ratsaal. Das neugotische Postgebäude von 1905. Bürgerhäuser von der Wende des 19. 20. Jahrhunderts mit Fassaden aus Klingerziegel. Das Museum mit historisch-archäologischen Sammlungen. Die alte Brauerei mit der ehemaligen Melzerei im Hinterhof. Persönlichkeiten Ehrenbürger Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck wurde 1874 zum Ehrenbürger ernannt. Söhne und Töchter der Stadt Leopold Jacobi, deutscher Lyriker. Fritz Siemens, Psychiater in Nückermünde und Launburgi. P. Ernst Johann Groth, deutscher Schriftsteller, Mitherausgeber der Zeitschrift Die Grenzboten. Paul Nipkow, deutscher Techniker und Erfinder, Pionier des Fernsehens. Julius Hischwald, deutscher Kristallograf und Mineraloge. Jakob Horowitz, deutscher Rabbiner. Josef Horowitz, deutscher Orientalist. Wilhelm von Haxthausen, deutscher Marineoffizier, zuletzt Konteradmiral der Reichsmarine und Kommandant des Marinearsenals Kiel. Gerhard Obuch, deutscher Politiker und Rechtsanwalt. Edward Sapir, US-amerikanischer Ethnologe und Linguist. Hans Wilhelm Herzberg, deutscher evangelischer Theologe. Fritz Nemitz, deutscher Kunsthistoriker. Erich von dem Wachzelewski, deutscher SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Karl Schlucht, deutscher SS-Unterscharführer. Ethel Reschke, deutsche Schauspielerin. Ewer Paradies, deutsche KZ-Aufseherin. Frievi Sternberg, deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker. Johannes Hinz, deutscher Maler und Sachbuchautor. Jürgen Echternach, deutscher Politiker. Hilbert Mayer, deutscher Erziehungswissenschaftler, Professor in Oldenburg. Peter Röhr, deutscher Maler und Objektkünstler. Thorsten Fließbach, deutscher theoretischer Physiker. Wilfried Beil, deutscher evangelischer Theologe. Maciej Golip, polnischer Musikwissenschaftler. Anna Vorteiger, polnische Politikerin. Persönlichkeiten, die in der Stadt gewirkt haben. Karl Friedrich von Denzin, deutscher konservativer Politiker. Guts- und Mühlenbesitzer in Launburg. Rudolf Voltolini, deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt und Hochschullehrer, hatte seit 1846 in Launburg eine Praxis. Julius Bahnsen, deutscher Philosoph, von 1862 bis zu seinem Todellehrer am Progymnasium in Launburg. Markus Horowitz, deutscher Rabbiner, kam 1871 als Rabbiner nach Launburg. Fritz Siemens, Psychiater und Sachbuchautor, leitete von 1887 bis 1914 die Irrenanstalt in Launburg. Leopold Neuhaus, deutsch-amerikanischer Rabbiner, war von 1908 bis 1909 Rabbiner in Launburg. Joachim Jutek, Bildhauer, schuf das Marmorrelief Johann Sebastian Bachs in der Hochschule für Lehrerbildung in Launburg. Wolfgang Sacker, deutscher evangelischer Theologe, unterrichtete ab 1934 an der Hochschule für Lehrerbildung in Launburg. Bruno Müller-Lino, deutscher Maler, unterrichtete ab 1935 an der Hochschule für Lehrerbildung in Launburg. Maler, unterrichtete ab 20ichte ab 215 bis 1929 an der Hochschule, der Schuessgeruch. Jawohl, das war dieses Autom getiriert. So war das, dass du die Christen in Launburg, prudente ab 2027 an der Hochschule, Das war das, wo es dir war. So war das, wo es dir war. Vielen Dank.